Ich hab voll einen erwischt! Hast du Markus getwittert? Ja! Das findet Markus nicht so nett! Roadkill! Wie assi war das denn? Schön! Ich würde nicht sagen, dass das Assi war! Das waren natürliche Selektionen! Ja, aber trennte denn auch nur mit einer Axt da über die Brücke! Ich finde, das waren halt der hatte faire Chancen! Aber ich hab minus 8000 Humanity auf einmal! Ich bin mit plus 300 angefangen, glaube ich! So um den Dreh! Das Problem ist, ich kann jetzt über die Brücke nicht direkt links rumfahren! Das heißt, ich muss rechts rumfahren! Außer ich fahr wieder so behindert durch den Wald durch! Aber das will ich eigentlich nicht! Wobei aber wahrscheinlich... Ne, will ich nicht! Weißt du! Bist du eigentlich nicht auf deiner anderen Insel zu dazu Zugfeld gefahren? Verdammt, das ist eine völlig gute Frage, ey! Ich dreh nochmal um, glaube ich! Ich bin gerade angekommen auf der anderen Insel! Scheißegal, umdrehen! Gas geben! Ich hab Spritzat! Hälfte noch voll, Junge! Hast du dich jetzt wiedergefunden eigentlich? Boah! Ich weiß nur mehr oder weniger! Also nicht! Weißt du, wie das bei mir läuft? Weißt du, wie das bei mir läuft? Weißt du, wie das bei mir läuft? Alle Wege führen nach Rom! Manche sind noch ein bisschen länger! Wahrscheinlich bist du auf der anderen Insel oder so eine Scheiße! Nein, eigentlich nicht! Ich bin mir ziemlich sicher! Ach, guck mal da vorne! Das kenn ich doch, oder? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher! Weil man sich so sicher nie sein kann! Aber da bei dem Berg müsste eigentlich die Landebahn sein! Da ist auch schon wieder so eine von diesen Kirchen! Okay, dann hast du eigentlich nichts Gutes! Ich mein noch nicht so sicher! Ich guck mal! Ich guck mal kurz, ob der Typ noch was dabei hatte hier! Ich mach erstmal hier den Forest Dump und renn ein bisschen! Einmal hin, was zu essen! Das nehm ich dann erst schon mal! Ah, das ist wieder einer von diesen komischen Hoden in der Luft! Doch, das könnte Duke Zero sein! Das könnte sein! Das könnte echt sein! Ah, zu mir, ich nach nicht! Ist klar! Oh, mein Gittert ein bisschen auf die Eier, da ich voll am Zittern bin die ganze Zeit! Dich seit einer Infektion, wo muss ich Penkeler nehmen? Ah, da lag ein Penkeler, alles klar! Boah! Nicht mit dem Auslenken! So! Wie war das? Weißt du jetzt wo du bist? Irgendwie bin ich mir noch uneinst... Oh, das ist ein Auto! Das ist ja auch schon mal was! Einer der Massen wird nicht funktionieren! Ich kann gleich mal sagen, da ich gerade mal verwirrt bin! And I could walk 500 miles and I could walk 500 miles Allerdings Aber egal, am Auto Boah, ich will einfach nur mit dem Auto durch die Gegend fahren und chillen Ist so angenehm einfach Auto zu haben Alles andere ist viel zu gefährlich, ich will das nicht wieder verlieren Ooooooh, um die Ecke gestraft Aua So, weiter geht's So, kommen wir denn hier in Sightseeing Wunderschöne Stadt, sehe ich von hier aus schon Guck mal da, noch mehr Autos Mit dem Tanker Ich kann das schildlich vernünftig identifizieren Was ist das denn hier? Oh, bleibt mal geschmeidig Ach, Tau heißt, man kann Sachen ziehen damit Man kann andere Wagen ziehen mit einem Wagen Oh, cool Oder was ist hier denn alles drin? So viel geiler Scheiß jetzt auch wieder nicht Ich weiß nicht Aber ich weiß nicht Boah, jetzt steck doch mal einen in die Karre Boah, leckt aber gut hier Boah, leckt aber gut hier, ey Mhm, mhm, mhm Interessant Ich kann nicht so weit weg sein Ich kann nicht so weit weg sein Nein Dann läuft halt jetzt ein bisschen Ist doch kein Problem Boah Da steht ein Zug Wie ein Zug rein kann Mit dem Zug fahren kann Das wäre ja witzig Boah Hätte echt krass viel Style Boah, ich mag die Map richtig richtig gerne, muss ich mal eben anmerken Also ich finde die richtig fett Ja, ich auch Was ist das denn hier? Oh, ne Map, geil Ob ich auf jeden Fall auch gerne hätte, wäre Oh, ne Waffe Oh, jetzt sind hier Rotorblätter drin Oh, Leute Ich brauch doch nur ne Engine Komm Zwischen den Stühlen Boah, du verkackter Mongo, ey hopeless Das hab ich schon wieder nicht mitgekriegt, ob du weißt, wo du bist Nè, irgendwie noch nicht Du glaubest mich hier selbst erst sind auch gerade total verwundert Damit ich durch hier hingekommen bin Hier ist ja ein Krankenhaus Oh, Trostball Ohne Muni Eine Bandage Okay Hoffen wir mal, dass wir jetzt mal was finden hier, dass wir diese Infektion loswerden Kann ich mir Blattwerk hier vielleicht selber geben auf diesem geilen Server Muss ja Und da ist ein Schild Baptenhaar Können natürlich mal wieder alles sein, oder? Auf der Map steht das aber auch nicht drauf in der Ursprungssprache Ne, ich weiß Was ist das? Da habe ich gerade angeschlackt worden So, jetzt nochmal zurück zum Thema Mapptenhaar Boah, meinst du, das ist ein volles Krankenhaus Aber meinst du, die haben da mal hier die Medizin drin Das gibt es ja wohl nicht Wie ist denn gelaufen? Ich habe doch das hier gesehen Dann Ich müsste hier sein Oder eigentlich hier Weiß es gerade echt nicht Wie kann man denn eigentlich sein? Ziemlich würde ich mal sagen Oh Mann Wieso muss ich den Wichser aufschneiden, ey Ich sterbe noch an der Infektion Ach, fuck, da ist eins von diesen Fake-Autos Das ist doch blöd Was hier? Konzertstation, Norbert Oh, ne, Schule Hast du da wenigstens volles Blut Oder gerade keinen Stress? Ich habe auch keinen Stress Das klang gerade so, als wurdest du angeschossen Ne, ich bin einmal von einem Zombie gehauen worden Während ich auf die Karte geguckt habe Da habe ich mich erschrocken Wenn du vorerst Also Also Ich kann dir nur den Tipp geben Menschen nicht aufzuschneiden Ja, da muss ich mir auf jeden Fall mal gleich nochmal angucken Was ist das denn da? Das ist voll das riesige Einkaufszentrum Gucken wir euch auch mal an Nachdem ich hier in der Dingens war Vielleicht gibt es da Engines zu kaufen Oder Granaten Ja, Granate Dann kann ich hier mal gut umgehen Und was habe ich da schon? Stimmt, Treppen geht ja hier echt zügig hoch Fuck ey So ein riesen Teil Jetzt lassen wir da doch mal wenigstens irgendwie ein dickes Ding geben Mhm Ja, was ich denn da noch schwimmen muss? Ja Was eine Geisterstadt hier Boah, ich begnüge mich doch echt schon mit der Kotze, die auf dem Boden liegt Aber gib mir noch wenigstens ein bisschen Kotze Was brauchst du denn? Eine Waffe Achso Brennst du noch mit der Axt durch die Gegend? Ja Ja, das ist natürlich negativ Ja Ja Ich gehe jetzt den Supermarkt abchecken Der sieht ganz schön groß aus Doch, ich rückte Axt im Wald, ey Weil ich erst jetzt sagen muss, dass ich mich ein bisschen stört, dass ich keine Ahnung habe, wo ich bin Tja Was soll ich so zu sagen tun? Aber eigentlich gibt es nur zwei Orte, wo ich sein kann Ich müsste eigentlich irgendwie bei Lukiol sein und falsch gelaufen demnach So schnell wie ich war, bin ich niemals in der Katerinburg bis nach irgendwie nach Kradap oder so gelaufen Ich halte mich mit Dosenfutter am Leben So, warte mal, Westen Wie im echten Leben Nach Westen laufen oder mit Dosenfutter am Leben halten Mit Dosenfutter am Leben halten Ja, das stimmt Oh, davon steht ein Auto Das sieht ziemlich demoniert aus Aber ich weiß es nicht immer mehr, wie ich bin